Franklins Devicebril ist dabei, ne? Franklins Friedel ist der Raum, hat er da? Nee. Wo wurdest du denn das erste Mal verschlagen? Da, wo ich hänge. Da, wo ich hänge. Also das Medikit ist direkt unterm Haken. Ich komm zu dir. Ja. Ja. Also er ist definitiv nicht hier. Ja nicht. Ich hab ihn. Wir haben ihn da. Doppel. Geht wir jetzt. Ah, thank you. Okay. Ich bin wieder hinterher. Ja, das war's wegen dem letzten Killer. Ist mir scheiße geil drin. Da kann ich dann auch mit der Akku leben. Wenn ich T-Bagge, dann hab ich's auch verdient, gefacecampt zu werden. Kann der sein, ist nicht schlecht. Hup. Bring, bringe, bringe, bringe die Spiegel. Und die Kurve. Kommt an, bereits. Ah ja, das hat sich natürlich nicht bekannt. wo bist du, um dich erwischt er ist bei mir und mich, ich krieg jetzt nen Hit ja, ich kann mit der Akku leben dann ja, ich hab noch nichts anderes erwartet und da Naaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh! Ah! Hier! Hier- Hier! Hang... Nope, wer ist hinter mir? Sollt? Ja, dein Medikid hab ich gerade gefunden. Nice! Wer ist hinter mir her? Das liegt da vorne. Sein Lichter zum Schweinebaum? Ja, bis ich durchgeheilt bin und dann lässt er sowieso wieder vor dir ab, weil er mich haben will. Ja, er hat auch schon abgelassen. Voll klar. Guck mal hier vorne, da liegt's. Ist jemand hier ein Schweinebaum? Ja, keine Baum. Naja, ist schon wieder bei mir. Naja, ist bei mir eh noch hinterher. Ich bin da auf jeden Fall da, wo ich euch eben aufgeweckt habe oder so, ne? Also, dann bin ich und mach gegen den. Ich mach mal durch, obwohl er mich hier in der Zeit zieht. Ich bin ja noch nicht getankt oder so. Und eingeschläft nur. Und hinter mir her. Natürlich. Ja, du kleine Brust, ey. Also, ich bin auf jeden Fall. Kauf dir mal ein paar Eier, du Hund. So, jetzt werd ich... Ich merke, ich werde langsam Saulty. Nee, erst, erst, erst. Erst bei mir. Ich kann dich nur heilen. Ja, hab dich schon... Okay, er hat's geledigt. Oh, hier ist er. Er hat sich schon... Ja, er hat schon viel abgelassen, ey. Oh, wow. Ernsthaft. Hast du auch eingeschläfert? Ja. Wow, dein Ernst, Boy? Der kommt permanent hinter mir hinterher. Ja, ja. Er ist... Er ist hinter mir jetzt. Er kommt permanent hinter mir her. Keine Ahnung, was bei dem kaputt ist. Dann muss ich den Job checken. Äh, warte. Nein. Nee. Nee, geht nicht. Ist das stillsauber? Ja. Ja. Stimmt, ja. Wir müssen dem Skill check fehlen. Nee, äh... Ich komm jetzt zu euch. Ich kann euch nur aufwecken. Ist nicht den Skill check fehlen. Ja, ist doch klar, dass du nur mich willst, Junge. Okay. Hier. War doch so klar, dass du nur hinter mir her bist, Junge. Oh, ich bin schon grad wach geworden. Ja. Weil er den Knallnern da ist. Wenn ich warten wollte. Geht schon nicht. Ich geh zum Runge hin. Wenn ich angefangen hab. Oh, ich bin nochmal tot. Ganz tot tot, oder? Ich bin jetzt ganz tot tot, ja. Weil er das ja irgendwie überwiegend was ich abgesehen hatte. Ja. 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 Ich sag ja, ich bin jetzt... Ich hätte auch nicht geteabankt, wenn ich nicht da noch sollte werden würde. Nach der letzten Slugrunde. Ja. Ja, ist bei mir. Jo, jo. Oh. So, mal gucken. Und zeigen wir mal. Der hat... Weil der ist komischerweise permanent nun hier gefolgt. Das war ja auch noch unterwitz des Jahrhunderts. Alien heißt er. Und er hat Nöd... Tannotaphobia. Frank ist Niedergang und erlischt das Licht tatsächlich. Hat sich schon einer tot ins Körper gemacht? Ich hab ein oder zwei. Dem seine Logik möchte ich mal haben. Er geht auf mich, obwohl Think seine Obsession mit Lying Knight ist. Also denk dran, er hat nöt jetzt. Ernsthaft? Er ist noch bei mir. Diese Logik. Direkt bei mir, neben dem Haken, ist auch die Lupe gespawnt. Ja, er läuft alles noch nicht weg. Er geht jetzt Richtung... ...vor, wenn ich das nicht sehen darf. Ja, kommt er. Ja, er kommt zu Think Vision. Da ist er. Tschüss. Schmeiß lieber die Palette. Also Lucy, du könntest mich eigentlich holen, ne? Okay, zeig das doch. Oh, er hat dich schon verloren. Ja, wenn er Richtung Fork, ne? Ja. Er hat dich echt verloren, ey. Ja, finde mich das aber echt. Er braucht nur ein bisschen weggehen, ja. So. Ja. Wow. Ja. Das dachte ich mir auch so zu ihm sein, ja. Er versucht, er versucht ja... Wow. Er hat keinen Bock auf'n D-Strike. Wow. So, ich geh ja nur noch dreimal durch D-Strike. Ach, krass. Er hatte keinen Bock auf'n D-Strike und hat ihn zwei-, dreimal fallen lassen. Ja. Äh, Lucy? Ja? Ich hab das, ich hab'n D-Strike offen. Beim Mähdrescher hinten in der Ecke. Ja. Ich heim' mich jetzt und dann hol' ich ein... Denkfall, der hat nöt, ne? Oh Gott, dass du... Äh, hab da oben im Haus geklappt. Oh. Da ist auch ganz gerne mal eins. Ich spinne. Okay, dann... Ich seh' das Gras wackeln. Vielleicht ist das oben im Haus? Oh, in meinem Haus ist nichts, da hab' ich geguckt, darf. Hm, okay. Hätt' ich jetzt gedacht, vielleicht. Geh' da einfach raus. Ich hab' da noch mal'n Toten. Ein normales, ja. Ein normales... Ja, ist mir scheißegal. Vielleicht lenkt das ihn ein bisschen ab. Äh, den sieht der ja nicht. Sieht der ja nicht. Okay, geh' raus. Das würde er... Das... Das würde er nicht mal sehen, selbst... Selbst mit Nervenkitzeln würde er das nicht sehen. Er würde nur sehen, dass eins verschwindet. Da kann man dann weglaufen kann mit D-Strike und dann so, weißt du? Ja, aber... Mehr als nicht. Border time hat keiner von euch, ne? Doch, doch. Ich hätt' dabei. Der triggert. Wenn er in der Nähe ist. Ja, aber gegen das Spiel. Natürlich. Ja, weil ich bin ja... Ich bin ja wach. Was denn? Ich bin doch wach, dann musst du mich da erst einschließen. Geh' raus. Geh' raus, ich bin der Luke. Ich hätt' dich holen können. Aber du wolltest nicht. Ne. Du sie? Ich bin der Luke. Okay. Und... Tschüss. Und da mal. Wunderbar. Soll ich mal was lustiges erzählen? Äh, da war der Killer noch nicht raus. Und da hab' ich dann gegen Michael Myers im hohen Wald gespielt. Das war so ein Japaner. Der, keine Ahnung, so 1000 Stunden hatte. Und... Da hatten wir dann so ne Putt-Putt-Situation. Ich... Wir beiden standen vor der Luke. Und ich war halt eben auch noch nicht angegliedert so, ne? Das ist halt eben... So ne Putt-Putt-Situation. Was macht man dann? Und dann... Dann dachte ich mir so... Boah, Alter. Jetzt steh' ich hier schon... Jetzt sitz' ich hier schon 10 Minuten und warte darauf, dass er irgendwie was macht oder so. Damit ich da reinspringen kann, ne? Oder dass er mich wegreifen kann. Ja, ich dachte mir so... Boah, jetzt hab' ich keinen Bock mehr. Dann bin ich einfach rausgegangen auf den Balkon, hab' eine geraucht. Und hab' dann die ganze Zeit durch das Balkonfenster geguckt, was der macht. Und der stand auch die ganze Zeit da und ist immer noch weiter irgendwie hier rumgelaufen und alles, ne? Und ich komm' wieder rein. Und dann meinten auch meine Freunde so... Boah, jetzt schreien wir den mal irgendwie was, ne? Und dann... Bin ich, äh... Als er dann grad zurückgeschrieben hat denen, der hat dann nämlich auch den zurückgeschrieben, bin ich dann reingesprungen. Das war so mega lustig. Sooo... Ich hab' hier selbst mal nen Baum drin gesteckt. Ich sag' ja immer, wenn ich ein Item mit reinnehme, spätestens dann verreck' ich. Spätestens dann. Äh... Ihr könnt jetzt mal gleich... Äh... Also ihr könnt' ne Runde ohne mich machen. Jaja... Okay. Äh... Ich will jetzt erst mal ein kleines Kusschen haben. Vor allen Dingen, ich hatte sogar noch nen Barty-Streamer reingeschmissen, ne? Na, ich auch. Hat sich ja gelohnt. Ich nicht. Aber ich hatte ja auch keins. Hat sich ja gelohnt für mich, du. Machen wir mir. Ja. Mit 8000 Punkten. Wuhu. Ich hab' aber kurz einen Jet mit dir, mit dir gemacht. Und äh... Das war's dann im Prinzip. Ansonsten bist du gelaufen und abgehangen. Das ist Mist. Der konnte nix... Der konnte nix machen. Ich hab' ungefähr... Ja. Also... Es war ja in der Endbar, weißt du das, wo auf Augenhöhe oder so... Es war... Ich hab' nicht so 5 Meter oder so... Da hast du nicht den Baumstuhl gesehen. Okay. Und... Ich wollte den DC'n. Ja... Ja... Da haben wir das halt ausgesessen. Ja, aber normal... Äh... Laut... Laut den Rules müsstest... Hättest du DC'n müssen. Ja? Ja. Weil das ein Button runter ist. Ich kann... Ich kann noch nix dafür, wenn der Spiegel... Ne, du kannst nix dafür, aber der Keller kann ja auch nix dafür. Und... Der Killer ist ja nicht derjenige, der... Der verpackt war. In dem Moment. Das hatten wir ja irgendwie mal festgelegt, dass der, der verpackt ist, zu DC'n hat. Selbst wenn's der Keller ist, wenn der verpackt ist, dann hat der auch zu DC'n. Ne, wenn der, was weiß ich, irgendwie... Äh... In der Wand hängt oder wann auch immer. Und nichts mehr machen kann. Oha. Gut. Ja, läuft. Würde ich mal sagen. Läuft. Hehehe. So cool. So. Witschi. Hehehe. 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 Achja. Geht doch nichts um einen netten, äh... Über eine nette Tunnelrunde. Hehehe. Hehehe. Da weiß man wenigstens, dass der Killer einen lieb hat. Hehehe. Hehehe. Oh Gott, ey. Ja, wenigstens... 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 Wenigstens, äh... Ja, ich hätt's sowieso, ne? Ja, aber wie wild, du, ne? Hehehe. Hehehe. Ja, ich sag ja, ne? Ja, ich sag ja, ne? Ich hatte ihn ja geteanwagt, dementsprechend kann ich das dann auch nachvollziehen, wenn ich dann getunnelt werde. Das ist dann völlig normal. Naja... So, ich war so angepisst von dem, äh...